Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hey, yo, was geht ab? Euer Junge Zeno hier am Start in Kroatien. Wir drehen ein neues Video zu meinem neuen Song. Zeno ist einfach hier direkt in der Nähe. Er wird 40 Kilometer von hier in der Villa in den Bergen. Digga, das ist Schicksal oder Zufall oder Fügung oder Karma. Wie sollen wir dann an ihn rankommen? McLaurie muss zu Zeno und wir kommen nicht an ihn ran ohne dich. Ich habe kein Habitur. Ich habe kein Stipendium wie ihr. Wer nur zu treffen ist aktuell die einzige Chance in meinem Leben. Digga, ich glaube, Bella ist wieder Single. Es bleibt am Ende. Wenn nichts mehr übrig bleibt, hast du dann noch für mich Zeit. Du musst doch immer noch Rapper werden. Ich will Leute zum Nachdenken anregen. Irgendwas hinterlassen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße mit euch. Alena! Das Leben ist wie so ein Herzausschlag. Hoch. Runter. Es tut mir leid. Und wenn alles nur glatt geht, bist du tot. Festhalten! Am Ende sind wir alle Menschen. Schüler sind keine Menschen. Freude, die Sonne scheint. Mama, verpisst dich! Verpisst euch. Ich Untertitelung des ZDF, 2020